hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen part vom pungo bus let's play ja mit meinen kolonis und dem fahrenden händler hallo nein ich will eigentlich meine freundin nein ich meine natürlich rennen hallo grüßen sie hat jetzt gerade eine eischen abgebaut so genau ich habe holz gesammelt und mit dem holz müssen wir jetzt dieses die bauhütte verbessern genau und ja jetzt muss ich noch mal schauen was wir noch alles brauchen wir tun jetzt mal das unwichtige holz rein ja meine stimme ist immer noch nicht so gut wieder so ein trockenheitsproblem aber es wird hoffentlich bald so also noch ein paar parts wird es wahrscheinlich noch gehen aber es ist bald wieder weg ähm gut wir haben schon viele sachen hier aber wir brauchen noch mehr da müssen wir hier schauen ähm wo ist es da unten also birkenholzzaun birkenstamm entrindeter birkenstamm slam so also ich muss entrindeter machen dann habe ich das anordnen so ja das glas weiße wolle haben wir zu wenig müssen wir irgendwie noch herkriegen ja von zu hause also zuerst einmal muss ich da schauen wie das geht hallo slabs wo könnte das sein wie kann man es machen ich hoffe nicht mit diesem sägeer ding nicht der röcherofen nein sehr kompliziert gut ok big drawer wieso ist das nicht am anfang nein hier sind jetzt übel also komplizierte hä kann man das gar nicht herstellen so ja toll jetzt habe ich hier ein problem das geht gar nicht okay birkenholz und dann äh brauche ich noch mehr birkenholz birkendressel nein ich möchte nur das richtige haben so es geht schon viel besser aber ich konnte nicht gut vorbereiten es geht nicht mehr so gut das ist einfach wegen dem Asthma ähm nein ich möchte entrinden also wir sind auf dem richtigen äh weg natürlich geht es gar nicht was ist ein stamm nein ich möchte es nur richtig haben wieso geht es solche Sachen nicht müsste ich nochmals nachschauen ja also hier ist scheinbar nichts wie geht etwas was nicht geht hm das problem ist einfach es gibt das Zeugs nicht irgendwo hier es gibt es nicht mal hä da wird etwas angezeigt was man gar nicht herstellen kann scheinbar ok wenn ich nur etwas zusammenbauen könnte was schon zum beispiel auf der Bist ähm ja dann ist kein problem weiße Wolle Bekenholzzahn entrinderte Bekenstamsle aus Domunum Ornamentum und da Domun Ornamentum ist glaube ich gar nicht mehr dünn was ist es noch drin habe ich einfach noch nie gesehen aber Slaps da Eichenholz Bretter Slap Stamm Hä Architektkarte hier Steinstufe Holz Eisenbahn wow es geht Moment kurz ich muss schauen ist das nicht ganz normales ja es ist Stamm Mist naja jetzt geht es wieder besser mit der Stimme gut so also ich brauche das da unten rein keine Kohle also hier so es ist schwieriger es ist alles so mega kompliziert mal einheitliche Sachen machen muss man alles mit dem Wikipedia oder mit YouTube Videos lernen hm keine Ahnung also ich brauche Zäune ich mache es immer gerne richtig falsch wie viele Zäune muss man dann noch machen einfach Fahrrad das gibt es wahrscheinlich jetzt öfters weil es an der Edel aussieht Eichen Eichen Regal ok ja gut der Stamm braucht er auch noch so die dann braucht er noch Eichen ein entrinderterter Eichenstamm ok sehr gut ich habe das nicht noch sehr wenige Eichenstämme was ist denn der Rest da ist noch ein Eichenstamm da ist noch ein Eichenstamm ok also beginnen wir mal kurz schlafen so äh das ist abdichter das geht nicht gut das habe ich gar nicht gesehen ich will lösen also weg damit so Ich war wieder zu lange draußen, meine Stimme ist ganz trocken. Bei minus 5,8 Grad bin ich ein bisschen rostig, aber gut, Part möchte ich machen, Part muss ich machen, Part ist natürlich wichtig für euch, so viel, oh Gott, oh Gott, wie kann man das schneller machen. Du, 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 du. Muss das so edel aussahen? Gibt es mittlerweile keine Alternative dazu? Ich habe noch nicht so viel gearbeitet mit diesem kahlen Hultz-Abo. Vielleicht gibt es ja irgendwie. Und runtergekommen ist ganz. So, wie viel brauchst du jetzt noch? Nein. Down. Eichenhalszahn brauchst du noch mehr? Zeig mir doch das an. Warte, hast du automatisch hier drinnen, oder was? Scheinbar schon. Hey, ich habe es doch eigentlich reingetan. Hier hast du doch diese. Da freust du dich, ja? Ach, das glaube ich ein bisschen anders. So. So. Hm. Wie das denn mal falsch passiert wird. So. 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 Die Vögel zwitschern und wir haben viel zu tun. Ja, die Vögel haben auch viel zu tun. Das macht jetzt bei mir schon wieder der vorn, der Händler. Ja, gut. Ach, schön. So, als nächstes die Wolle. Ich glaube, Glas braucht er auch. Und das. Und den Stein müssen wir zu Wolf-Steps machen. Hm. So und so. Und den Eisen. Hä? Irgendwas geht nicht. Jetzt wie kann ich das wieder machen? Jetzt weiß ich den Modennamen nicht mehr. Ähm. Ist doch Eisen gewesen. Ah, sie heißt jetzt. Okay. Klar. Habe ich noch nicht gemacht. So, jetzt aber richtig. Eisen. Yay. Boah, hey. Kriegst du die Krise. Der einfach nicht drinnen bist, oder? Also der Birkenstamm muss unentrindet sein. Gut, haben wir genug Holz. Also ich habe sehr lange gewartet, bis die Holzferien der Saas gemacht hat. Äh, nein. Ich muss den Ding benutzen. Oh, ich bin ganz durcheinander. Birkenstamm-Slap. Äh, nein. Der muss ich verwenden. So. Als nächstes müssen wir Wolle holen. Und noch diese Zäune machen. So sieht kurz an hier oben. Sieht man ja auch gar nicht. Also holen wir mal die Kurz... Oh ja, ich wollte wieder gut schauen, wegen dem Eichenholz. Haben wir echt kein Eichenholz mehr. Sie sollte aber mittlerweile haben. So. Das Dens möchte ich nämlich auch noch nicht nehmen. Das ist einfach sehr viel Eichenholz, was man dann hat, oder? Also zuerst mal, ich habe nur wenig. So viel ungefähr. So. Das gab ich nur eins gewesen, aber ich habe noch ein bisschen mehr gemacht. Du Baum, du störst mich. Aber hier weg. Hier hin, hier hin, hier hin. So. Geht weg, bitte. Also das mal. Und der Rest müssen wir kurz warten. Oder er baut jetzt so, glaube ich schon. Oh, das ist aber sehr teuer. Ja, das ist nichts für uns. Ist zu teuer. Wir sind noch nicht so reich. Hast du irgendwas eingesammelt? Eier und eine Schere. Also du brauchst noch mehr. Steinstufen. Haben wir doch erst gekräftet. Brauchen wir noch mehr zu machen. Also 20 war's. Ja, das ist genug. Also. Entrinkt in das Fichtenholz-Panel. Oje. Panel. Wieso ist das so unglaublich schwer designt? Einfach ein Panel. So eins. Ne. Ach, die Decke hat das. So ein Mist. Also. Es ist ein Fichtenholz entrindet. Fichtenholz-Walltüre. Okay. Fichtenholz. Hm. Fichtenholz. Fichtenholz. Oh. Zu weit. So. Ein bisschen mehr, bitte. Ähm. Dann hoffen wir mal, dass das richtige Panels. Ja, wow. Da gibt es so viel Auswahl. Hä? Da versteht keiner, was er machen muss. Schön, schön, schön. Wirklich schön. Wie zu kompliziert. Full, also. Meine Gott, man sieht es ja weich. Ich wollte schon full machen. So, als nächstes brauchen wir Entrindetes. Hab ich doch jetzt gemacht. Äh. Entrindetes. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, ja. Gibt es noch ein zweites? Oder was? Es ist nur ein... Grobe Erde, das müssen wir herstellen. Regal. Schwarz, Eichenholz. Richtig, Stamm. Anders nicht. Ja, was soll ich jetzt machen, wenn das nicht gefunden wird? Na, ich hab's nicht getrindet. So ein Mist. So. Hm. Es ist alles Entrindeter. Aber Entrindendes gibt's nicht. Singles Pilars. Dann ist auch nichts. Entrindeter Fichtenstamm. What the fuck? Ich hab's nicht getrindet. Ich hab's nicht getrindet. Ich hab's nicht getrindet. Okay. Jetzt hab's nicht getrindet. ja ist doch logisch kennt sich jeder aus in oder auswendig sehr schön so jetzt nehmt ihr das und das andere konfiszier ich wieder wegen komplizierten so also dann nehmen wir ihm doch mal bruchstein weg die erde nehmen wir weg ich weiß nicht ob er eichenholzbrette bracht wird ja genügend und ja jetzt muss ich langsam wieder neues holz haben hallo brenn bist du fertig natürlich das weiche brenn muss man fichten holz am plonzen so ähm ich steh gut an und jetzt muss ich kurz schauen haben wir gar keine baume brauchen einen baum so jetzt nehmen wir doch mal nochmal den normalen eichenbombel so jetzt sollten wir noch kurz das inventar leeren so also wie geht's grobe erde schon wieder mit gräbel glaube ich jetzt bin ich so ein bisschen ja die gräbeln haben wir überhaupt gräbeln hier ja habe ich noch nie selber gecraftet echt nicht ja wahrscheinlich schon ewigkeit nicht mehr aber ja also das crafting rezept wusste ich noch aber ich war nicht sicher ob es gravel ist oder ob es feuerstein ist oder so und ich habe mir immer das die grobe erde gefahren aber die biome sind halt auch sehr selten so bitte mach's endlich ist da zu wenig platz jo 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 was geht denn schon gut wenn man so viele probleme hat wie das spiel einfach schwierig ist wenn man eine stadt bauen will hat man viel seltenes holz jo so lachst du das war schwer traurig das schöne holz weil sie immer runtergegangen ist also sie ist einfach in der luft also im wasser wie drinnen geschwommen und war sehr langsam beim abbauen und dann habe ich den baum einfach dorthin gebranzt so mitten ja es ist ein wasser baum aber nein jetzt komm schnell vorwärts hopp bevor es nacht ist ich brauche das holz biet vor noch der part ist auch schon sehr lange ja 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 müssen wir richtig vorbereiten das wäre eine stufe 2 gebäude und dann oh also gut es reicht jetzt einfach mal jetzt möchte ich aber richten stämme säen bitte ok er baut schon mal immerhin baut er jetzt so langsam mal also jetzt ist er richtig viele weiß gar nicht was er alles noch braucht also er braucht noch wolle gehen wir doch kurz noch die wolle holen bevor wir es wieder vergessen haben wir hier wolle ja zu wenig schere ja die schafe sind ein bisschen im weg da kann man gar nicht mal so viel nehmen und hier sind wirklich keine leuchtbären die brauchen noch dunkelheit also ich möchte gerne die wolle noch geben und dann machen wir einen schönen cut damit ich mich auch ein bisschen regenerieren kann so also benötigt wird noch Birkenholzknopf Bichtenholzbretter Bichtenholztreppe Rahmenregal das Regal müssen wir dann noch nachschauen ok bis zum nächsten Part Dankeschön fürs Zusehen Tschüß Tschüß